Hallo, ich bin Stefanie. Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast. Ich lebe in Kapstadt und darf mit dir in meinen Stunden tolle Sonnenuntergänge, Meeresblicke und sogar den Tafelberg teilen. Ich freue mich, dich bei meinen Live-Stunden begrüßen zu dürfen und vielleicht magst du ja mal Südafrika mit mir auf einer Yoga-Safari-Reise durch Südafrika erkunden. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß bei meiner... Quickie-Stunde und zwar für den Bauch, für die Beine und für den Po. So, 30 Minuten Workout kombiniert mit einigen Yoga-Übungen, sodass wir ein bisschen ins Schwitzen kommen. Vielleicht möchtest du dir kleine Gewichte mit dazu nehmen. Das können auch Flaschen sein, zum Beispiel 500ml Wasserflaschen oder 1ml Wasserflaschen, je nachdem, wie stark du bist. Oder vielleicht hast du ja sogar kleine Gewichte. Und wenn du bereit bist, komm gerne auf deine Mathe in den Stand. Ich werde diese Stunde in Englisch und in Deutsch unterrichten. Ich wünsche dir viel Spaß bei einem 30-minütigen Workout-Quickie. Palms facing to the front. They also want to enjoy the after sunset you see on the screen. And just bring your palms together. Bring deine Hände vor dem Herzen zusammen. And keep your shoulders in the back and down. Lass die Schultern nach hinten unten absinken. Sei stolz darauf, dass du heute wieder auf der Matte gelandet bist. Be very proud of you that you ended up on the mat for that quickie session. For the legs, the abs and the bum. Bend your knees slightly, tuck your tailbone, beug die Beine, steißbein runter und streck die Arme. Extend your arms, inhale, einatmen. And fold forward, ausatmen, nach vorne absenken. Kopf, Schultern locker lassen. Relax your arms, neck, shoulders. And just warm up your spine and lift your upper body higher up until your spine is nice and parallel. Squeeze your shoulder blades slightly in the back together, inhale. And with the exhalation, you extend your legs. Mit der Ausatmung die Beine strecken. Mit der Einatmung in den geraden Rücken, Schulterblätter zusammen. Exhale, extend your legs. Mit der Ausatmung die Beine ausstrecken. Nochmal einatmen, Wirbelsäule verlängern. Extend your spine. Ausatmen tief. Enjoy the stretching of your hamstrings. Genieße die Dehnung deiner Beinrückseite. Und roll dich nochmal Wirbel für Wirbel auf. Roll up along your spine and bring your arms to the side up. Bring die Arme nach oben und zum Herzen to your heart. Yes. Find your balance. Point somewhere in front of you. Finde deinen Balancepunkt irgendwo vor dir. Und kreise mit deinem rechten Bein. In große Kreise. Circle with your right knee into big circles. To warm up your hips. Yes. Let your breath flow. Inhale. Bring your leg up. Exhale down. Mit der Einatmung das Bein hoch. Mit der Ausatmung das Bein runter sinken lassen. Yes. Perfect. And then just a little warm up. Bring your ankle on your side. Bring deinen Fuß mit dem Fußgelenk auf den Oberschenkel und setz dich. And sit down. Flex your foot. Deinen Fuß flexen. Shoulders back. Schultern zurück. Yes. Super. And then you come up. Dann kommst du hoch. Circle your right leg to the side and back. Das rechte Bein zurückschieben. Und komm in den Knicks. And slowly cross backwards. Come up. Maybe you need to use your hand to place your ankle. Or you can do it without. Vielleicht brauchst du deine Hand, um den Fuß auf dem Oberschenkel abzustützen. Und dann geht es wieder zurück. Okay. Inhale up. Exhale down. Inhale to the side. Exhale cross back. Mit der Einatmung zur Seite hoch. Ausatmen. Hinsetzen. Einatmen zur Seite. Über die Rückseite kreuzen. Inhale to the front. Exhale sit. Maybe you felt it. It's gonna get warm. Vielleicht hast du es gemerkt. Es wird im Gesäßbereich etwas warm. Two more. Cross back. Come up. Well done. Sit down. Nochmal hinsetzen. Letzte Runde. Cross and stop. Stay here. Bleib einmal hier. And start pulsing. Ganz kleine Pumpbewegungen machen. Yes. It's gonna get really warm. Jawohl. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und slowly come up. Well done. Feel the difference. Shake your booty. Okay. Luckily we have two legs. So root with your right foot down. Zum Glück haben wir zwei Beine. Mit dem rechten Fuß einmal verwurzeln und kreisen mit dem linken Bein. And circle with your left leg. Focus your point again. It's a bit easier. Wenn du dir einen Punkt suchst, ist es etwas leichter, die Balance zu halten. Inhale up, exhale down. Mit der Einatmung hoch, mit der Ausatmung tief. Super. Letztes Mal. And then grab your ankle. Mit der Hand am Fußgelenk fassen. Flex your foot. Fuß flexen. Und sit down. Sit down. Make sure both sides of your waist having the same distance. Schaut, dass eure Taillen gleich lang sind. Feel the stretching now. You feel it on the other leg. This one is going to get warm now. Jetzt wird dieses Bein aufgewärmt. Streck dich hoch. Lift up. Circle your leg to the side. Einmal in den Kreis. Zurückkreuzen. Und in den Knicks. To the side. Flex your foot. Sit down. Up. Side. And down. Über die Seite nach oben. Fuß flexen. Wieder aufstützen. Hinsetzen. Inhale up. Exhale cross. Yes. Inhale up. Exhale sit. Einatmen hoch. Überkreuzen. Ausatmen. Absenken. Ein über die Seite. Wieder zurück zum Oberschenkel. Und hinsetzen. Yes. Circle. Down. Circle. Hinsetzen. Sit down. Two more. Yes. It's going to get warm. In those right glutes. Last one. Stay here. Bleib here. Slow and very tiny pulsing movement. Ganz kleine pulsierende Bewegungen. Yes. Four. Three. Two. One. And come up. Yes. Relax your bum. Well done. Den Po entspannen. We come into the arms. Which leads us to our abs. So roll down along your spine. Langsam runterrollen. Und dann mit den Händen nach vorne laufen. And walk with your hands to the front. And you end in your plank pose. Und du endest in der Planke. In der schiefen Ebene. Tuck your tailbone. Push your shoulders down. Steißbein runter. Schambein zur Nase. Schultern runter. And in slow motion. Ganz langsam ziehst du nacheinander. Ohne die Schultern zu bewegen. Deine Knie vor. Bring your knees. Alternating. To the front. Without moving your shoulders. Pull your belly up. Against the gravity. Den Bauch gegen die Schwerkraft anheben. Forward. Backwards. Forward. Backwards. So weit nach vorne wie es geht. Super. Vor und rück. Vor und rück. Six. Five. Four. Three. Two. One. And relax. Bring your knees down. Die Knie runterbringen. Und setz dich auf den Fersen up. Sit. Back down. On your heels. Die Arme lang strecken. Keep your arms nice and long. Den Kopf entspannen. Relax your neck. Well done. Come up. And come into all fours. Come in den Vierfüßderstand. I don't know who of you have some dogs. Ich weiß nicht, wer von euch Hunde hat. But. Maybe you have seen a dog peeing against a tree. Okay. Lift your right leg. Ninety degrees up. Imagine you are a dog. You want to pee. You hold a little bit. And then you come down. Stell dir vor, du bist ein kleiner, süßer Hund. Und du musst mal. Heb dein Knie hoch. Halte es kurz oben. Und bring es dann wieder tief. Jawohl. Über die Seite anheben. Lift up. Over the side. And down. Well done. Now we extend that one. I go a little bit forward. Otherwise I kick my lamp. Okay. Keep it up. Flex your foot. Kick your foot to the back. Bring deinen Fuß nach hinten. Jawohl. Zieh dein Knie wieder ran. Und über die Seite nach oben. Bring your knee again over the side up. It's a little awkward chuckle. Das ist so ein ganz kleiner, komischer Kreis. Über die Seite nach hinten schieben. Und das Knie wieder absenken. Über die Seite nach hinten. Kick it back. Und bring it down. And bring it down. To the side up. Kick it back. And down. Two more. To the side up. Kick back. Down. Last one. To the side. Kick back. Down. Well done. Well done. I don't want that one side of your glutes are strong and the others are weak hanging down. Down. So we do that the same other side. Please push your shoulders down. Keep the fingers and hands active. And your belly is pulling up. So your vacuum cleaner is pulling your belly up. Dein Staubsauger zieht die ganze Zeit den Bauchnabel hoch. Und hebe dein Knie. Lift your knee to the side. Up and down. Up and down. Let your breath flow. Den Atem fließen lassen. Ein bisschen lächeln. Jawohl. Hände sind aktiv. Four more. Vier noch nach oben. Zwei. Letztes Mal. Und dann bringen wir das Bein nach hinten. Extend your leg. Kick it back. Schiebe es nach hinten. Und wieder über die Brust nach vorne ziehen. Über die Seite. Nach oben. Nach hinten schieben. Und wieder ran ziehen. To the side. Up. Kick it back. And back. Almost to touch the floor. Yes. It feels like swimming in a swimming pool now. Feels like you are a frog. Have you seen a frog swimming? Habt ihr schon mal einen Frosch schwimmen sehen? Das sieht so ein bisschen so aus. Jawohl. Keep your belly up. Halt den Bauchnabel oben. Kick it. Back. Two more. Zweimal noch. Yes. And back to the middle. And sit on your heels. Und setz dich mal auf deinen Fersen ganz locker ab. Deine Arme kurz mal nach hinten bringen. Bring your hands on the back together. And open your chest. From all this planking and sitting. Vom ganzen Sitzen, vom Tag und von der Planke eben müssen wir eine kleine Gegenbewegung machen. We just make a opposite movement. Moment. Okay. Maybe you can grab now your weights. Vielleicht kannst du jetzt deine Gewichte nehmen, wenn du welche möchtest. Ich habe die hinter meinem Buddha versteckt. Ich habe kleine 500 Milliliter Flaschen. I have 500 Milliliter Bottles. And then you open your legs, please. Und dann bringst du deine Beine nach außen. Your toes pointing to the outside. And please make sure you're not completely locking your knees. Mach einmal kurz sicher, dass du deine Knie nicht komplett durchstreckst. Ja. Kurz vor der Streckung halten. Keep them slightly bent and firm. Activate your glutes in the back. So the moment you go down, in dem Moment, wenn du runter gehst, streckst du deine Arme nach oben. You extend your arms. And then backwards. Tuck your tailbone. Dein Steißbein zieht nach unten. Ja. Come down. And up. Keep your legs micro-bent. And squeeze your cheeks. No, not cheeks. Ja. Your bum muscles together. Tief. Und wieder hoch. Down. And up. Runter. Runter. Und hoch. Yes. Sechs mal noch. Six. Five. Four. Three. Jawohl. Two. Zweimal noch. Letztes Mal. Und dann bleibst du unten. Please stay here. If you have water bottles, you can cheer. And then you come into small little palphing movements. Shoulders back. Und dann kommst du in kleine pulsierende Bewegungen. Schultern zurück. Steißbein runter. Steißbein runter. Schambein hoch. Tuck your tailbone. Smile. Asana. Breathing. Six. Five. Come a little lower maybe. Four. Three. Two. One. Keep on holding. And twist to the right. Twist to the left. Bleib hier mit den Beinen fest und dreh dich nur nach rechts und links. Jawohl. To the side. To the side. Five. Four. Schön zur Seite. Three. Two. One. And relax. Toes to the front. Füße nach vorne mit den Zehen. Absenken. Die Gewichte mal ablegen. Und ganz locker hängen lassen. Slowly. Just relax. Relax your neck. Everything can be relaxed now. You can close your eyes. Du kannst deine Augen kurz schließen. Und langsam wieder hochrollen. Slowly roll up. Roll die Schultern zurück. Schultern zurück. Jawohl. Six pack. Okay. Wir arbeiten weiter an unserem Six pack. Maybe keep one of the weights, please. Ein Gewicht neben die Seite stellen. Das brauchen wir gleich noch. Setz dich auf den Boden. Sit down. Hold your knees. Mit der Einatmung Herz nach oben. Inhale. Reach your heart up. Exhale back. Und mit der Ausatmung rundest du dich zurück. Zieh mal an deinen Schultern. Pull on your shoulders. Einatmen nach oben. Mit der Ausatmung zurückkommen. Little massage for the lower back. Kleine Massage für den unteren Rücken. Ja. Super. Letztes Mal. And keep on holding here. Relax your arms. Lift your heart. But keep the distance. Heb dein Herz nach oben, aber halte den großen Abstand. Bauch an die Wirbelsäule ziehen. Gerne die Hände lösen. Wenn du möchtest, nimm dein Gewicht dazu. If you want, use your weight. And shift to the right and to the left. Und schieb das Gewicht nach rechts unten und nach links unten. Yes. Nice twist. Use your abs. Deine Bauchmuckis dürfen aktiviert werden und arbeiten. Keep breathing. Den Atem fließen lassen. Super. Noch fünf. Five more. Vier. Drei. Zwei. Eins. Stop in the middle. Halte in der Mitte. Und dann senkst du dich eine Stufe tiefer ab. Just come one level down. So your lower back is touching the ground, but not your shoulders. Der untere Rücken ist am Boden, aber deine Schultern sind noch fest. Und dann pumpst du mal ganz klein. Little pausing movements. Ja. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. And slowly come down. Bring your weight to the side. Dein Gewicht weglegen. Wenn es eine Flasche ist, ziemlich weit weg. Nicht, dass sie umfällt. Okay. Lay down on your back completely. Relax your arms behind your head. That one is not nice, but make it nice. Okay. Smile into it. Diese Übung ist nicht die besonders tollste, aber mach sie dir schön. Lift your legs up. Deine Beine nach oben strecken. Die Zehenspitzen runterziehen. Bring your toes down. Kick your heels up. And then feel the muscles between your pubic bone and your belly. Arbeite mit den Muskeln zwischen deinem Schambein und dem Bauchnabel und schiebe deine Fußsohlen hoch. And push your soles of your feet up while lifting your bum up and down. Engage your core muscles. Pelvic floor. Up and down. Up, hoch und runter. Das ist nicht so eine Vorwärts-Rückwärts-Bewegung. It's not a forward-backward swing. It's a up and down. Das ist nur ein hoch und runter. Ja, aber hoch und tief. After a while you will really feel it. Nach einer kurzen Weile spürst du es richtig schön. Im unteren Bereich deiner Bauchmuskeln. Jawohl. Soll ein bisschen geduldig. Sechsmal noch. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und locker lassen. Kurz die Füße aufstellen. Just bring your knees hip-width apart and your heels a little closer to your bum. Deine Fersen etwas dichter bringen. Und zwar so, dass deine Fersen, your heels are below your knees. Deine Fersen sind unter den Knien. Leg deine Arme an der Seite up. Your arms alongside your body palms up. Die Handflächen zeigen nach oben. Und lass die Arme aktiv runtergedrückt. Push your belly down. Lift your hips up. Deine Hüftknochen nach oben hochziehen zur Decke. Jawohl. Halte deine Wasserflasche zwischen deinen Beinen fest. Pull your water bottle between your knees. Yes. Keep them active. And slowly roll down again. Roll up. Roll dich hoch. Und langsam wieder tief. Slowly roll up. Nach oben aufrollen. Und langsam wieder nach unten. Und beim nächsten Mal bleibst du oben. Keep up with the next one. And come into small baby movements. Engage your glutes. Ganz kleine Pumpbewegungen in den Po angespannt lassen. Po backen zusammen. Aber die Flasche festhalten. Please don't forget to activate the inner thighs. Yes. Push up. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And slowly come down. Langsam wieder absenken. Die Knie mal zur Brust ziehen. Bring your knees to your chest and circle. Und kreise mal massierend entlang. An deiner Wirbelsäule. Und zur anderen Seite kreisen. One last exercise for the abs. Eine letzte Übung für die Bauchmuskeln. Und zwar alles zusammen. All of the abs muscles coming together, working together. Okay. You bring your hands to the front first. Bring deine Hände nach vorne. Als wenn du einen Harley Lenker greifen willst. Grab a Harley steering wheel. And come into nice big circles with your knees. Und mit deinen Beinen mal schöne große Kreise machen. Yes. Super. And we need a little bit more power. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Energie. Bring die Hände hinter den Kopf. Und dann ziehst du dich mal in das Criss-Cross. Mit dem rechten Achselbereich zum linken Knie und linker Achselbereich zum rechten Knie. Opposite sides are almost touching. Lift your shoulders. Hebe deine Schultern hoch. Jawohl. Support your head. Dein Kopf. Schön abstützen. In 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and relax. Entspann dich. Drück deine Arme lang. Stretch your arms backwards. Your legs forward. Atme ein bisschen in den Bauch hinein. Einspüle mal, wie der Bauch sich hebt und senkt. Breathe into your belly. Feel the belly lifting and sinking. And then bring your knees to your chest. Die Knie zur Brust bringen und dann ganz langsam mal nach vorne und zurück schwingen. And slowly roll forwards and backwards. Massage along your spine. Well done. Okay, come up to sit. Komm an eine Sitzposition. And maybe you wanna join the next session, which is a nice sink to this one. Vielleicht möchtest du bei der nächsten Stunde Yoga Stretch dabei sein, was eine gute Verbindung mit dieser Stunde ist. Because we're gonna stretch out all the muscles we just were tightening. Beach body. Okay, we in South Africa, we are still a little bit of time for the beach body. The Germans, yeah, next one, next year. Die Deutschen, die sind im Sommer. Da ist es ein bisschen zu spät, jetzt anzufangen. But it's never too late. Aber es ist nie zu spät. Okay, bring die Hände von dem Herzen zusammen. Hands in front of your heart. Reach up, inhale. Richtig schön auseinanderstrecken. And exhale down. Thank you for joining. Dankeschön fürs Mitmachen. You can practice online with me in my Facebook group at Yoga with Steffi in Cape Town or on Zoom. If you're missing one of my live sessions, please visit me on YouTube and subscribe to my channel. Leave me the one or the other like, comment and share the joy with your friends.